Sucht nach einer Rüstung der Wolfselite und bringt sie zu Seth. Und die Wolfselite kommt in Pryas Nähe. Damit Seth Prya erreichen kann, braucht er eine solche Rüstung. Sie wird von einigen Offensieren der Prya-Wölfe getragen. Haben wir auch. Also speichern wir sicherheitshalber nochmal hier. Und bringen mal meine Truppen. Vorwärts, vorwärts! Ich bin schon auf halbem Weg. Ich habe hier Rüstung und Dolch. Gut, sehr gut. Dann sind wir ja soweit. Sobald ihr bereit seid, werde ich in Pryas Lager schleichen. Dieser Dolch wird ihm nicht gut bekommen. Gebt mir Bescheid, wenn es losgehen soll. Ja, jetzt sieht er ein bisschen anders aus in der Prya-Wolf-Uniform. Sagen wir, ich bin bereit. Verstanden. Jetzt wird Prya bezahlen. Beginnt euren Angriff, sobald ich mein Werk vollendet habe. Viel Glück, Freund! Viel Glück, Freund! Untertitelung des ZDF Sounds Schicksal des ZDF Sounds Auf Schicksal des ZDF Así None Blackout Also verrt man beginner visst Tonk. Kommandant, was ist? Kommandant Priya ist tot. Dort, seht! Der Dolch, die Rote Legion. Diese Bastarde haben ihn umgebracht. Wolfselite, zu mir! Dafür werden sie bezahlen! Wir rücken aus. Diesmal gibt es keine Gnade. Wir werden sie auslöschen. Tot der Roten Legion! Tot! Der ist schon auf halbem Weg. Ja, das tut mir jetzt ein bisschen leid, aber dieses Lager ist halt ein bisschen im Weg. Außer natürlich, sie rennen unten herum. Warum? Das ist ein bisschen leid. Warum? Die rennt tatsächlich unten, die... Oh. Die rennt, die rennt, die rennt. Der kriegt... Krieg! Tu er wie befohlen! Tu er wie befohlen! Kriegt mein Holzfäller jetzt die Arschkarte? Nein. Nein. Die rennt, die rennt, die rennt, die rennt. Ja. Die gesamte Firewolf-Elite, die rennt jetzt direkt auf das Hauptlager zu. Und das ist ja zum Glück wirklich gut bewacht. Wobei das hier auch nicht von schlechten Eltern ist, was hier noch an Gegnern rumsteht. Das ist ein Hinterhalt! Ein Gegnerangriff! In Decke um. Schund dabei! Tote in Feinden. Krieg. Nicht zurückweisen. Ein Gegenangriff. Clanbrüder zu mir. Wir werden angegriffen. Die meinen es ernst. Das ist ein Hinterhalt. Hinterkomm. Die Linien müssen halten. Die meinen es ernst. Stand halten, Männer. Clanbrüder zu mir. Nicht zurückweisen. Runenkrieger zu mir. Ein Gegenangriff. Stand halten, Männer. Clanbrüder zu mir. Krieg. Die meinen es ernst. Runenkrieger zu mir. Klanbrüder zu mir. Ja, folgt mir. Runenkrieger zu mir. Vorwärts. Okay, erstmal rückst du. Ach, du weide Güte. Ein Gegenangriff. Die waren es auf. Die leitze. Das ist ein Lieber. Ich muss mich nicht zurückkechern. Ich muss mich nicht zurückkechern. Die sind nicht zurückkechern. Die piese sind nicht zurückkechern. Ich hatte gerade, ich muss hierhin schauen. Ich muss mich nicht zurückkechern. Hier bin ich zurückkechern. Ich weiß, dass ihr hierhin habt den Hübschern. Das ist nicht. Oh, du weide. Es ist erstenskann. Auf mein Kommando. Was liegt an? Auf meinen Befehl. Schnell! Die meinen es ernst. Krieg. Ein Gegenangriff. Geh schon auf halbem Weg. In Deckung. Tu wir wie wir vorhin. Wo sind die Gegner? Wir werden angegriffen. Clanbrüder zu mir. Ich habe keine Luft. Lauft. Wir werden angegriffen. Vorsicht, Gegner. Vorsicht, Gegner. Vorsicht, Gegner. Auf meinen Befehl. So, während ich jetzt wieder Truppen ausbilde, also noch einen Speck. Zu den Waffen. Tu wir wie befohlen. Wie soll ich mich denn gegen die behaupten? Kann doch irgendwas nicht ganz wichtig sein. Außer die wir spawnen alle nicht. Krieg. Krieg. Für den Körer vorwärts. 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 Zu den Waffen. Was legt zu mir, wie befohlen. Bin schon auf halbem Weg. Gucken wir mal, wie viel Flurschaden die Wolfseliten da hinten angerichtet haben. Na ja, das hier wird noch übel werden, bis wir hier durchgebrochen sind. Muss ich auf ziemlich viel Totem Feuerkraft auch setzen. Und ja, das sind unsere Kämpfer. Zu den Waffen. Oh. Die Wolfselite ist da ja noch gar nicht fertig. Ist die Wolfselite jetzt hier einfach reinmarschiert und hat alle getötet? Oh. Und da sind sie, die Sport. Geh mir zu, es war nicht wenig Wolfselite, aber dass sie das ganze Lager zerlegen, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, Wolf und Drache. Ja, wo wir zum Zuschlagen, ja. Schön. Ja, wo wir zum Zuschlagen, ja. Hier ist ein Erdrutsch. Und hier ist viel zu viel Fernkampf. Briar Wolf Power, ey. Gut, gut. 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 Errichten wir mal drei Windschlubs, damit wir vielleicht noch die Nahrung zusammen kriegen, die wir brauchen. Untertitelung des ZDF, 2020